Musik 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 What? Ich hab hier sowas. Du musst Flügelchen machen. Ich hab's kaputt gemalt. Hier geht's rein. Geheimnis! Hier kannst du so hochflattern. Oh! Auf die Schirme. Oh! Also der Glowbox, der ist wirklich ein Ausdruck purer Eleganz. Ich würd gern ein Auto fahren, dessen Design auf Glowbox basiert. Und was auf Glowbox heißt. BMW Glowbox. Dann hast du doch deinen Jobplan B schon mal. Tolle Idee. Autos Design, die aussehen wie so Gaming. Ja. Der VW Glowbox. Und dann hier so richtig schöne Werbung dazu. Ja. Oder vielleicht auch ein Glowbox. Ein Glowbox Parfum. Öde Glowbox. Glowbox pur arm. Dann steht der Glowbox da nur in so einer Calvin Klein Unterhose. Der hat ja keine Unterwäsche an. Hey. Sprühst mir unter die Arme. Die Glowbox ist doch sowieso nackt. Ja, aber in der Werbung hat er so eine Calvin Klein Unterhose an. Wie riecht das auch? Parfum. 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 Warum bin ich untergefallen? Weil du keine Unterwäsche anhand. So logisch. Das kann natürlich sein, dass ich dadurch nicht aerodynamisch genug war. Halt, stopp. Halt, stopp. Oh, das wird übel. Hol das. Nein, ich sterbe. Oh, ich bin so gut. Ich bin tausendmal besser als ihr alle. Ja, ich sterbe hier unten. Dann kann ich jetzt wenigstens hier raus baddeln. Yeah, ich mach mal eine Victory Pose hier oben. What? What? Reach for the Stars. Oh, ich bin auf was drauf gesprungen. Da kamen Sachen raus. Oh, hier kommen alle Sachen raus. Guck mal, wie man hier so lang fallen kann. Da unten ist noch was. Ja, ich seh das schon. Ich mach das schon. So, da sind wir ja eigentlich auf Pandora. Oh, da ist die Arme. Warum? Das ist hier wie bei Avatar, diese verrückte Übel. Oh, was ist da jetzt passiert? Warum sind wir im Hintergrund? Tut mir leid. Da oben ist wieder eine Münze. Mach mal. Dann komm ich nicht hoch. Ne, man muss genau so. Ja, ja. Oh, oh. Was? War das? Like a boss. Like a boss. Like a glowbox. Glowbox. Warte, hier ist oben bestimmt ein Secret. Ich seh das schon. Oh, ich bin so gut. Oh. Ach so? Ja. Was ist denn mit ihm los? Der will wrestlen. Wrestling machen. So ja nicht. Geil. Halt, halt. Oh. Wir müssen doch da bestimmt dazwischendurch. What? Secret. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Ah, ich hab da oben noch einen Akkur. Was? Ach du lieber. Sind das Hühnchen oder sowas? Ja. Oder sowas. Das stachelige, aufgeblähte Kugelfisch. Aber vor allem dreht der Wind sich im Kreis oder was? Da, Kreiser! Da ist das Ding! Oh, 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 oh. Ja! Sehr gut. Hab ich gut gemacht. Ach du Scheiße. Red Glowbox saves the day. Okay. Das ist ja... Das ist ja übel hier. Hahaha. So. Und jetzt... Äh... Hier lang. Nein! Ich werd zerquetscht. Oh mein Gott. Just beat it. Was? Du... Eben... Eben die ganze Zeit so... Ja, Werbung, Dings. Und jetzt... Das ist heute so ne wandelnde... Nachmittagsprogramm im Fernsehen oder so. So der Werbeteil. Nur. Was ist das denn? Das ist ein Pilz. Der uns... Achso. Wie so ein Flipper gedöhnt. Aaaaaaah! Oh shit! I've seen in a Fentai. Hahaha. Ja, hier müssen sie echt mal... Also... Ah! Das ist mit dem Unkraut. So langsam gerät das auch ausm Rahmen. Ich muss hier unten rum. Sonst schade ich's nicht. Ich lauf nicht vor oder so. Mach ich nie. Nein! Wir spielen zusammen. Total Core. Couch-Core. Couch-Core. Los, auf geht's Team! Das war ja... Einer fehlt, da unten ist das bestimmt. Ich muss hier nochmal runter. Ah shit! Damn it! Du hast doch alle in dem... Weiter! Nochmal! Wir sind alle verdammt! Einer fehlt noch! Das ist nur deine Schuld. Einer, da oben, hier... Da oben geht's nochmal so auf. Aber wie kommen wir da rein? Jetzt! Hier, hier rein! Wir müssen jetzt versuchen hier... Nein! Das geht nicht! Eher nicht! Das geht nicht! Das geht nicht! Hatten wir den eben schon? Den da? Äh... Ich glaube... Ja, den hatten wir schon. Shit! Der geht ja voll... Ah, ich komm nicht dran! Ich krieg ihn nicht! Hab ihn! Ich krieg ihn! Nein! Ich hab ihn! Ah! Es fehlt trotzdem einer. Ich weiß nicht, ob das der war, den wir vorhin schon haben. Oh! Oh! Ja, fehlt. Ah, scheiße. Na ja, egal! Globox! Ja, genau. Globox. Ganz alleine. So! Globox wäre auch ein guter Name für Ludicum. Möchtest du deine Kinder auch Globox nennen? Ja. Gut. Globox Junior. Ja. Globox hat auch Kinder, die heißen Globox Junior. Stimmt. Sind auch Skullquappen? Jetzt... Achten wir mal, dass die nicht dieselbe Figur haben werden. Was denn? Globox ist doch der Inbegriff von Sex eigentlich. Ja. Der rote. Der rote Globox vor allem. Rot steht für Globox. Eigentlich blau, oder ne? Ich weiß es nicht. Auch rot. Alle Farben stehen für Globox. Ich... kenn mich da nicht so aus. So. Viel lang. Oh! Abklatschen! Möffi! You may proceed. You not. Nein! Hehehe. Oh nein. Das war Mord. Hallo. Hallo. Nein, ich helfe euch. Ich bin doch nicht. Schnaps. Das war sein letztes Geheimnis. Oh mein Geheimnis. Geheimnis. Dann trug ihn der Globox fort. Was sollen wir tun? Da drauf. Da. Warte, da ist es drauf. Slam. Ja, die Dani weiß schon, wie es geht hier. You know it. Kann das hier voll. Smooch. Ich bin froh, dass jetzt noch jemand da ist, der noch miserabler ist. Hehehe. Wie bitte? Ja. Ich glaube, damit meint sie dich. Wie bitte? Ja, das tut mir einfach. Hier rein. Da in das Loch. Da in das Luftloch. Schub. Halt. Halt. Da ist ein Ding. Halt. Da ist ein Ding. Klatsch dem Einer. Ah. What? Ich meine, diese Nase verleitet ja auch dazu. Ja, ein bisschen. Halt. Der hat so einen Wagen. Halt. Halt diesen Wagen auf. Ja. Folgen sie diesen. Moment. Nein, ich drüben zurück. Aber ich wollte dem Luft, äh, Luftomobil folgen. Ja, und dann verbrücken wir die Geheimnisse. Tada. Oh shit. Oh, ich muss hier wieder so drehen. Ne, 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 Globox. Ne, ne, Globox. Was denn? Was denn? Was hast du getan? Die Maschine des Todes. Rauf da. Ich muss, ich muss hier drehen wieder. Das ist, das ist anstrengend. Oh, Mann. So. Okay. Das Rad des Schicksals. Tu es da oben. Oh, oh, oh. Was ist denn? Ja, beide ein. Holy Jesus. Okay, okay. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Yeah. Das war alles mein Verdienst übrigens. Ja. Ihr habt nicht alle eure Herzen wegen mir verloren oder so. Bis ich das gerafft hatte, hat auch noch jetzt ein bisschen gedauert. So, weiter. Blut. 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 Ich kann da mit dem nichts machen, kann ich nicht aufhalten. Oh, hier sind wieder so Dinger. Fliegen, Fliegen, feurige, irgendwas. Ah. Halt, da ist ein... Ja, toll. Danni. Äh. Äh. Ja. Was? Achso. Ich verstehe. Oh. 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 Ben. Ah, ich muss die nachmalen, dann gibt es mehr Punkte. Ja, Punkte. Halt. Wie? Oh. Ah, Globox. Globox, nein, da ist auch noch so ein Ding. Globox. Ein Globox. Globox. Ein Globox. Ein Globox. Du hast ja wie so ein Pokémon, das immer so seinen Namen ruft. Globox. Da war doch eine Münze. Da ist eine dicke Münze. Die gab auch nur Lums. Kannst du eigentlich überhaupt erklären? Globox. Los. Shit. Ups. Ja. Globox. Leute. Da ist die Münze. Ja, ich hab euch geholfen. Ich hab Schmerzen. Halt. Was soll das denn hier? Sag mal. Ja. Nee, ja. Jetzt will die alle. Hier ist noch eine Münze. Nehmt die mit. Dem hau ich aufs Auge. Dem auch. Warum sammelt niemand was ein? Keine Ahnung. Ich kann das gar nicht. Ich muss hier anders anmachen. Ich mach hier wichtiges Zeug. Ja, ich auch. Ich bin stets auf das Ziel konzertiert. Ah. Ah. Klatsch das. Ah. Ja, flieg weiter. Globox. Oh nein, das musst du. Oh Gott. Oh. Ja. Mach weiter. Globox erhält den Welt-Eckord in Globox sein. Ja, das ist ein gutes Ende. Yeah. Müssen wir dem jetzt eine hauen? Du hast es weggedrückt. Nein. Globox. Wissen wir gar nicht, was passiert ist. Scheiße, Globox. In der Story. Ich bin so schuldig. Ich weiß. Zu weh gar nicht, was passiert ist. Nee. War wunderbar. Toll. Jetzt versteh ich überhaupt nicht mehr die Motivation, warum Globox Rayman hilft. Ah. Ich hab die ganze Zeit nur noch Globox gehört, die letzten drei Minuten. Ah. Der Zauber-Globox. Das war doch cool. So. Macht echt viel Spaß. Das Spiel, ne? So mit mehr Leuten. Oh ja, die Nekritur geht auf. Yay. Ne, bevor wir jetzt weitermachen, hören wir auf. Globox. Willkommen zurück bei Globox Legend. Globox. Globox. Shit. Rayman ist auch dabei. Rayman ist ein unbedeutender Nebencharakter bei Globox Legend. Nein, es ist Raymio oder so. Oder irgendein italienischer Name halt. Raymond. Raymond. Rayman. Alle, alle legen Globox. Das ist total der italienische Name. Halt. Hier muss... Nein. Ich rette dich. Globox. Globox saves the day. Die Rübe hier auch hauen. Und weiter geht's. Halt. Oh shit, ach du. Halt. Halt. What the fuck. Nein. 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 Das ist doch nicht fair. Oh scheiße. Hau uns. Ja, ich versuch's doch. Ich muss mich darauf konzentrieren, mich zu sterben. Oh. Wow. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich hab einfach mal auf gut Glück so einen Dive Bomb gemacht. Das gibt keine Münzen. Hol mal einer den hier. Lani. Ich bin kaputt. Yay. Das war ein total guter Move. Guter Move. Das ist so unglaublich. Ah. Crab. Crab. Das ist ja wie so ein Bullet Hill Level irgendwie. So einen japanischen. Oh Gott. Arcade. Äh. Shit. Fuck. Alter. Sag mal. Und hier noch. Hier der Endgegner. So. Aber wir haben alle. Meine Güte ey. Feier. Das Spiel ist echt nicht so leicht. Aber das find ich auch gut. Rubbel los. Oh, wir haben grad so einen Rubbel losbekommen. Das erinnert mich daran. Dass ich jetzt mal wieder was rubbeln könnte. Vier. Wie viel haben wir denn? Komm, dann rubbel ich erst mal drauf los. Wir haben jetzt hier wieder so eine gerettet. Ne? Vielleicht schaltest du Globox frei. Oh, hier die. Boah, das ist ihre, ihre, äh, Dingens. Bluuu. Ihre Gothic-Schwester. Ey, jetzt gibt's Luigi Globox. Luigi Globox. Scheiße. Wir haben Luigi Globox freigeschaltet. Sofort. Warte, ich muss mal weiter rubbeln hier noch. Ich bin noch nicht fertig. Bup, 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 bup. Fiat, wusstest du? What? Hat geholfen. Nein. Nein. Ich will auch mal rubbeln. Ein Kuscheltier. Ja komm, also, ich seh das doch schon. Ein Kuscheltier. Gucken wir uns das doch mal an, den Eleg. Eleg-Kuscheltier. Beamen wir uns mal hin. Die Kuscheltiere sind übrigens... Was ist das denn? Ziemlich dumm. Schweine. Daneben siehst du gerade den Toast und Schweine. Oh weia. Und die werfen jeden Tag Lumps ab. Da kann man die sammeln. Und so dann halt mehr neue Charakter-Skins. Hier den Toast find ich am besten. Die Toast, die heißen auch die Toasts. Natürlich kannst du die gegenwhacken. So wie deine ganzen Freunde hier. BAM! Spiel und Spaß. Hat immer mit... GLOBOX! Ne? Wissen wir jetzt. Aus Rayman. Wie heißt das Spiel? GLOBOX. GLOBOX Legends. GLOBOX Legends. GLOBOX Returns. GLOBOX Returns. GLOBOX Returns. The Revengeance. GLOBOX Rising. GLO-IG. Da Kuki. Kuki mal. Sofort. GLOBOX. BAM! GLOBOX. 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 Nein, bitte nicht. Ich will das. Man muss den nach oben drücken. Ich bin doch überhaupt nicht da reingehüpft. Tada! So ein Scheiß. Halt, du musst dich mit mir prügeln. Ich muss... Oh nein! Ich will... Raymond sein. Was sagt der denn? Wie heißt der denn hier im Skin? Warte mal. Ich will gucken. Geh mal da weg. Geh mal weg. Es ist Ray Klempner. Ray Klempner. Na ja, na ja. Globox Klempner auch. Ray Mio. Dann heißt du wahrscheinlich auch Globox Klempner, ja. Wut. Flup. Willst du der sein? Das ist ein anderer sein. Der kommt bestimmt gleich wieder woanders vorbei. Ja, ihr wurscht. Super Mario. Ich entscheide jetzt, dass wir so ein super schweres Unterwasserlevel machen. Das sieht nach so einem geilen 50er Jahre Horrorfilm Poster aus. Das ist ein Unterwasserlevel. Nein! Wo wir alle so Urlaub machen und posen, das finde ich eigentlich geil. Was? Wo? Nein, das wo wir Urlaub machen. Das sieht gut aus. Das finde ich, das sieht nett aus. Ja. Das machen wir. Da! Die geheimnisvolle Aufgaben. Die geheimnisvolle Aufgaben ins Unterhinein. Ah nein! Slam mal drauf du! Wie geil! Shit! Das ist ja gut! Geil! Da unten sind alle Looms. Wir tauchen jetzt mit den Fischen. Fische! Wie großartig! Das sieht ja total gut aus. Das haben wir alles ein. Hier sind noch so Jungs. Halt! Oh da, am Anker. Das sind Looms. Wenn da ein Lilianer ist und du die in der richtigen Reihenfolge erwischst, dann geben die Hab ich nur direkt verkackt. Das ist ein Hammer oder so. Ja, was ist das? Hier geht's rein. Wo bin ich denn eigentlich? Hier. Oh! Da haben sie ihren Abfall gelagert. Das sind Glowbox Füße eigentlich ein Propeller. Ach du Scheiße. Guck mal hier. Da ist... Oh nein! Das ist ein Stealth Level hier. Metal Gear Solid. Ja. Underwater Missions. Metal Gear Glowbox. Da war. Da! Stealth Level Watch. Da muss ganz gern gehen in die Arbeit!